Das ist eine Aufgabe für Bauern. Wo ist Nikolai? Schneidet sich wie faulige Sashimi. Dunkelheit kann ein Verbündeter sein. Dunkelheit kann ein Leerer sein. Dunkelheit kann... Mein kleiner Zeh! Wie heiße Sacki? Ich mag heiße Sacki! Armlos! Aber nicht harmlos! Der Aufwand ist die nützliche Bezahlung kaum wert! Du bist weit gekommen! Aber hier ist es für dich vorbei! Das kommt mir bekannt vor! Ich weiß jetzt, dass ich versuchen sollte, den Strom einzuschalten! FüSTet die Klinge des Bushidos! Kaboom! Mühsame Arbeit, aber für unseren Erfolg unerlässlich. Angeblich. Schön. Ich habe den AGBs sowieso nicht zugestimmt. Jetzt schmeckst du den Stahl des Saburai! Der Overkill ist bereit. Dann hat jetzt die letzte Stücke der Dämonen geschlagen. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das war's für heute. Holt mir ihre Seelen! Du hättest deine Hunden nicht von der Leine lassen sollen, blütendes Geisterkind! Du hättest deine Hunden, blütendes Geisterkind! Ich werde dich finden und dich in meinem Kamin verheizen! Hahaha! Scheiße! Der Künstler! Dein Körper ist deine Leinwand! Hol das Schwanke! Eine Leinwand, die eines Kriegers würdig ist! Der Künstler! Der Künstler! Der Künstler! Der Künstler! Gibt es nicht? Ich habe genug von euch! Und stell dich einen ehrenhaften Tod! Scheine! Diese Rasteleien der Geister sind reine Zeit! Die Dämonen sind heute zornig! Sie sind genau als Zweifler! Schussverkauf! Ein Schussverkauf! Wirst du könne Takeo natürlich niemals betrügen! Diese Waffe ist so kalt wie Nikolais russisches Ernst! Schnellfeuer! Leicht zu handhaben! Das wird der Teufelsblut nicht schmecken! Ich bin würdig diese Waffe zu fühlen! Ich höre die Stimmen der Geister in meinem Kopf! Und spüre die Krallen der Geister in meinem Magen! Stopp! Oder ich schieße! Oh! Oh! Schussverkauf! Für dich gibt es keine Wiedergeburt! Ich werde dierahいます! Der! Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die aufgehende Sonne scheint auf uns heran. Jede Aktion erzeugt eine gleiche Reaktion. Ein Verspruch. Was für ein schlechter Zeitpunkt. Auch noch Position zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017